Hallo ich bin es wieder eure Spinnende Katze. Ich habe jetzt mal ein Video darüber gedreht über das Little Gem von Mayacraft. Das ist das Reisespinnrad von Mayacraft und das möchte ich euch jetzt gerne mal in dem Video ein bisschen genauer vorstellen. Es ist ein sehr schönes Rad, ein sehr leichtes Rad. Es wiegt ungefähr vier Kilogramm. Es wird mit der Tasche mitgeliefert und es lässt sich sehr schön leicht auseinander bauen und wieder zusammenbauen. Mitgeliefert wird es mit diesem Spinnflügel hier, den ihr seht mit dem Delta vorne. Wie ihr seht gehen auch feine Fäden damit, entgegen einiger Meinung gehen aber auch dickere. Es wird mit drei Plastikspulen und einer Lazy Kate mitgeliefert und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist es ein einfädiges Rad mit einer Spulenbremse. Es hat noch ein paar andere Besonderheiten. Hier könnt ihr sehen, dass es zwei Antriebsriemen quasi gibt. Einen unten, der von den Pedalen angetrieben wird und einen oben, der zwischen dem Schwungrad und dem Wirtel sitzt quasi. Also das Ganze führt eigentlich dazu, dass es relativ leicht läuft und auch die Pedale haben noch eine kleine Besonderheit. Diese sitzen nicht fest auf dem Antrieb, sondern es ist eigentlich wie so eine Art Fahrradpedal, muss man sich das vorstellen. Es läuft allerdings auch nur in eine Richtung gut. Wenn man denn in die andere Richtung spinnen möchte, also mit oder gegen den Uhrzeigersinn, dann muss man den Antriebsriemen einmal verändern. Das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Das Rad ist insgesamt gebaut aus Rimu. Das ist einem neuseeländischen Hartholz einer bestimmten Art. Das finde ich hat eine sehr schöne Farbe und Maserung. Das Schwungrad selber ist aus Bambus, wodurch eben das ganze Spinnrad auch ein bisschen leichter wird. Was besonders angenehm ist, sind eben auch die Plastikspulen, weil die eben auch nochmal ein bisschen Gewicht wegnehmen, wenn man alles zusammenpackt. Außerdem gibt es noch als Zusatz diesen Jumbo Flyer, den ich jetzt habe. Der hat ein ziemlich großes Einzugsloch, eigentlich auch wie so eine Art Delta. Und der hat auch ungefähr so einen Inch, also so 2,5, 2,3 Zentimeter ungefähr. Also da passe ich eine ganze Menge durch. Und dadurch kann man auch wunderbar Artyans da mit diesem Spinnrad spinnen. Die langsame Übersetzung hilft da auf jeden Fall zu. Und was auch nett ist, dass man alle Württel von Myercraft benutzen kann für das Little Gem. Also das geht alles super. Ja, das Spinnrad hat eben eine Spulenbremse, eine schottische Bremse, wie man auch sagt. Und man kann hier, wie man sieht, kann man die relativ gut einstellen. Geht sehr fein einzustellen, sodass man gar keinen Einzug hat oder einen sehr starken Einzug, je nachdem wie stark die Feder gespannt ist. Und das bietet einem eigentlich wirklich viele, viele Optionen zum Spinnen und auch zum Zwirnen. Das Rad hat, wie man auf dem Wirtel sehen kann, 5 Übersetzungen. Einmal die langsamste liegt bei 4,5 zu 1. Und weiter folgen dann 6, 8,5, 10 und 12,75 zu 1. Ich habe das sogar mal nachgemessen. Das kommt ziemlich gut hin. Und was bei einem Rad auch sehr schön ist, dass man eben gerade bei Artyans, wie man hier vielleicht sehen kann, wenn man dann zwischendurch mal anhalten muss und man auf eine langsame Übersetzung spinnt, kann man ohne weiteres mal eben anhalten und wieder neu starten, was doch ab und zu mal notwendig ist, je nachdem, was man so spinnt. Auf den höheren Übersetzungen geht das aber auch gut. Wie gesagt, man kann auch die anderen Wirtel von Maya Craft benutzen. Ich habe zum Beispiel noch den Lace-Wirtel. Der hat dann eine Übersetzung von bis zu 20 zu 1. Damit kann man dann zum Beispiel auch schon Baumwolle spinnen, wenn man das möchte, obwohl ich nicht so der Fan bin von Baumwolle am Spinnrad. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, man kann im Garn auch wunderbar Nupsis einspinnen. Mit dem Spinnrad bleibt nichts hängen. Ich habe auch schon Lockengarn draufgesponnen. Das ging auch. Hier zeige ich euch jetzt nochmal, wie man den Wirtel dann wechseln kann. Also was ihr mitgeliefert bekommen habt, ist eben dieser Schlüssel quasi, mit dem ihr dann diese kleine Schraube, die ihr da vielleicht sehen könnt, lösen müsst. Das ist beim ersten Mal, wenn ihr das macht, relativ schwierig, weil das ja eben von Werk aus quasi schon ziemlich festgeschraubt ist. Aber ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt es einfach lösen. Auch wenn ihr Angst habt, dass es abbricht, es bricht nicht ab. Und wenn die Schraube locker ist, könnt ihr ihn einfach abnehmen, den alten Wirtel. Ihr seht, hier ist so eine flache Seite vorne. Ihr müsst gucken, dass wenn ihr den nächsten Wirtel wieder drauf schraubt, dass eben die Schraube, wie die ihr da vielleicht sehen könnt, die kleine, Ja, zum einen müsst ihr die ein bisschen wieder reinschrauben, weil sonst verliert ihr die. Das wäre ja schade drum. Und ihr müsst gucken, dass auf der flachen Seite wieder die Schraube drauf kommt. So, jetzt bringen wir gleich den Lacewirtel an, das ist der besagte, der die Übersetzung bis 20 zu 1 bietet. Und da muss man eben auch diese kleine Schraube wieder lösen. Und, ja, damit man ihn eben leicht drauf bekommt. Dann, genau, wird dieser so drauf geschoben letzten Endes. Und wie gesagt, wir müssen gucken, dass eben die flache Seite auf der Schraube ist. Und dann ein bisschen ausrichten. Und dann eben festschrauben. Geht super schnell und super einfach. Man muss eben aufpassen, dass man die Schraube nicht verliert. Obwohl, ich glaube, die kann man auch im Baumarkt nachkaufen. Also, wahrscheinlich ist das auch kein Problem. Ja, dann müsst ihr noch gucken, dass es eben fest sitzt. Könnt ein bisschen dran rütteln oder so. Und hält. Super. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das Little Gem auseinander baut. Und zwar nimmt man am besten erstmal die Antriebsriemen runter. Und die Bremse auch. Dann löst man eben diese Schraube hier, sodass sie ganz locker ist. Also, da muss man ruhig ein bisschen länger drehen dran, bis sie locker ist. Und man den oberen Teil dann abnehmen kann. Moment. Hier sehen wir es dann nochmal mit dem oberen Teil. Ich drehe es nur ein bisschen lockerer. Und dann kann man das einfach so abnehmen. Es ist noch alles drauf. Also, man kann auch seine Spule drauf lassen. Und dann ist es quasi schon transportabel, das Stück. Da muss man diesen Hebel hier nach rechts drücken. Und dann rastet es quasi aus. Und man kann es eben umklappen. So. Und wenn es dann umgeklappt ist, sollte man gucken, dass dann der Hebel auch wieder festgemacht wird. Weil sonst klappt es eben ganz leicht wieder auseinander. So. Ein Antriebsriemen, den oberen, der hält leider nicht da drauf. Den sollte man dann runternehmen. Gibt es dann ein paar Fächer in der Tasche, wo man das dann problemlos reintun kann. Das passt ganz gut. Die Tasche ist auch gut gepolstert. Also, da habe ich auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie zu eng ist. Man kann den Spinnflügel im Ganzen reintun. Es ist noch Platz für seine Projekte. Man kann auch noch ein bisschen Wolle mitnehmen, Portemonnaie, was man so braucht, wenn man zum Spinntreffen geht. Dann kann man das Rad so nehmen und eben in die Tasche tun. Hier zeige ich das nochmal, dass man eben diesen Hebel festmachen muss, weil es sich sonst, wie ich hier zeige, auch ausklappen kann. Das wäre natürlich blöd. Deswegen machen wir dann so, dass es wieder fest ist und tun das Ganze dann eben in die Tasche rein. Also, man muss dazu sagen, es ist auch eine Umhängetasche. Es ist leider kein Rucksack, aber es lässt sich insgesamt doch recht gut handeln, wie ich finde. Also, ich bin damit auch schon rumgereist und das geht super und es ist auch wirklich nicht so schwer. Also, ich kann das auch problemlos mal ein Stück tragen, weil ich habe kein Auto. Ich bin mit Bahn und Bus unterwegs und mit Zügen. Deswegen war das auch notwendig, dass ich mir ein leichtes Rad zulege. Und dafür ist es eindeutig sehr gut geeignet. So, das ist jetzt im Prinzip die Tasche. Es sind ein paar Katzenhaare drauf. Meine Katzen liegen da unglaublich gerne drauf. Jetzt zeige ich euch quasi nochmal, wie man das Ganze aufbaut. Ist eigentlich genauso einfach. Man legt die Tasche erst wieder hin, holt den Unterkörper raus und muss wieder diesen kleinen Hebel unten umlegen, wonach man dann eben das Rad wieder aufklappen kann. Ja. So. Jetzt ziehe ich das nochmal an. Genau. Dann zeige ich es nochmal von unten. Unten seht ihr übrigens auch die Signatur, die jedes MyerCraft Rad bekommt mit einer Nummer. Ähm, ja. Lässt sich ganz einfach aufstellen. Hebel umlegen, damit es einrastet. Genau, hält einigermaßen. So. Dann kann man wieder den Spinnkopf rausnehmen oder wie man auf Englisch sagt, die Mother of All. Und eben dann wieder einsetzen. Genau. Ja, das ist das Schöne. Man kann es alles in einem transportieren. Das macht es einem wunderbar einfach, dass man direkt losspinnen kann, wenn man dann irgendwo angereist ist. So. Genau. Wieder festdrehen, sodass es eben nicht so stark verrutschen kann. Wenn es ein bisschen verrutscht, ist aber kein Ding. Und dann muss man hier den unteren wieder draufspinnen, äh, draufpacken, den unteren Riemen. Und zwar muss man gucken, dass der hintere, ähm, von rechts, also von dieser Richtung aus rechts gesehen, um das Rad gewickelt wird. Gut, wie ich es jetzt zeige, dann spinnt das Rad im Uhrzeigersinn. Jetzt natürlich gegen den Uhrzeigersinn, weil, ähm, verkehrte Perspektive. Ähm, wie gesagt, es dreht nur immer in eine Richtung gut. Möchte man es aber in die andere Richtung drehen, also zum Zwirn gegen den Uhrzeigersinn, muss man sehen, dass eben der hintere Riemen, ähm, dann von links quasi über, ähm, äh, die Führung gegeben wird, so wie hier. Und dann kann man es eben gut gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das sind eben so die kleinen Tricks. Was man auch machen kann, ist eben das andere Band, was dann auch umgelegt werden muss, äh, dass man das andersrum um den Wirtel legt, also quasi einmal kreuzt. Dann muss man aber auch, ähm, den Spinnenkopf ein bisschen drehen, damit die, äh, beiden Kreuze, damit das Kreuz nicht übereinander reibt. Ähm, das führt natürlich dann zu Problemen. Also im Idealfall sollte man auch zuerst, äh, den oberen Antriebsriemen, äh, drum machen und, äh, nicht erst den unteren, weil, äh, das von der Reihenfolge her richtig ist. Genau, und dann kann man das oben drauflegen. Ähm, ja, wie gesagt. Und dann sollte man eigentlich erst den unteren drauflegen. So, von der richtigen Reihenfolge her. So, den legen wir jetzt noch drauf. Und fertig. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie man, ähm, den, äh, den, die Spule wechselt. Also, das hat schon einen schönen Trick, wie ihr seht. Ähm, man kann es einfach ein bisschen lockern, äh, den Flügel festhalten und eben dann treten. Äh, in dem Fall, ähm, Moment, mit dem Uhrzeigersinn, um es draufzukriegen und gegen den Uhrzeigersinn, um, äh, das runterzunehmen. Ähm, hier setze ich jetzt die neue Spule auf. Setzt dann die, ähm, die, ähm, Bremse, macht die Bremse erstmal locker und setzt sie eben auf. Ähm, am besten man dreht die mal erst sehr locker, bevor man sie auf die Spule setzt. Und dann kann man den Flügel so ein bisschen andrehen und dann wieder, in dem Fall, gegen den Uhrzeigersinn treten. Und schon dreht es sich quasi wie von alleine drauf, wenn man die, äh, Spule draufsetzt. Dann kann man das eben durch die Einzugslöcher fädeln. Denn hier ist praktischerweise kein Einfädler vonnöten, man kommt komplett ohne aus. Finde ich sehr praktisch insgesamt, das Teil. Sehr schön gemacht. Ja, also insgesamt finde ich, äh, kann man sagen, dass das Rad wirklich super ist für Leute, die eben, ähm, eben nicht nur mit dem Auto reisen, sondern auch viel mit der Bahn oder mit dem Bus unterwegs sind. Äh, ich bin jedenfalls total begeistert davon. Ähm. Das Einzige, was ich mir, äh, noch wünschen würde, ist, dass man auch ein bisschen bessere Lösung findet mit der Bremse für den Jumbo-Flügel. Die habe ich jetzt nicht so genau gezeigt, aber die ist noch nicht so ganz ideal gelöst. Die löst sich nämlich manchmal. Das wäre aber auch das einzige, äh, Manko, was mir bis jetzt aufgefallen ist. Und der Jumbo-Flügel ist ja auch nur eine Zusatzoption. Insgesamt ist das Rad leider sehr teuer, das muss man dazu sagen. Es, äh, ich habe es noch für weniger bekommen. Aber inzwischen sind die Preise leider nochmal nach oben geklettert. Was allerdings auch daran liegt, dass das alles handgemacht ist. Es ist, äh, wird alles auf Herz und Nieren geprüft, bevor es nach Deutschland geschickt wird zum Verkauf. Und, ähm, es wird halt eben nicht in so einer riesen Produktionsreihe hergestellt, wie andere Firmen das tun. Das rechtfertigt vielleicht schon den Preis. Allerdings, ähm, ja, es kostet inzwischen bei Wollinchen, habe ich, äh, gesehen 958 Euro. Das ist schon eine Menge Geld. Also für Anfänger vielleicht nicht unbedingt geeignet, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man das, ob man wirklich das spinnenlangfristig für sich machen möchte. Also ich möchte es nicht mehr missen, aber, äh, man muss sich schon im Klaren sein, äh, dass das eben eine ziemliche Investition ist. Ähm, also ich finde, es ist das Geld absolut wert, weil es qualitativ sehr hochwertig ist und, äh, absolut top verarbeitet. Ähm, ich habe wirklich, also ich habe wirklich das Gefühl, dass es alles super durchdacht. Es ist leicht aufzubauen, leicht abzubauen. Man kann es super gut mitnehmen. Es ist klar, in die Tasche ist sehr gut gepolstert. Also ich habe keine Angst, dass es irgendwie kaputt geht da drin. Ähm, also ich bin schon ziemlich begeistert davon. Ähm, das so als kleines Fazit. Schön wäre es noch, wenn so ein Rad auch zweifällig geben könnte. Aber man kann nicht alles haben. Also hier zeige ich euch jetzt nochmal das Rad, äh, wie es sich dann im Original anhört. Ähm, ich habe im Hintergrund allerdings ein bisschen Musik laufen, die mache ich ganz gerne beim Spinnen. Also nicht wundern. Aber hier könnt ihr mal kurz hören, wie so die Geräuschkulisse von dem Rad ist. Ähm, ich habe im Hintergrund auch ein bisschen Musik laufen, wie so die Geräusche von dem Rad ist. Und hier geht's. Ähm, ich habe im Hintergrund auch ein bisschen Musik laufen. Und hier geht's. Und hier geht's. Und hier geht's. Ich habe im Hintergrund auch ein bisschen CP1 zum Rad ist. Und hier geht's. Ich habe im Hintergrund auch ein paar Seiten. Ich habe keinenmare auf dem Rad. Ähm, ich habe es. Ich habe mir das Geschmack, weil duナen habe die Geräusche von dem Rad ist. Und hier geht's. Ich habe damit, wie ich habe es. Vielen Dank. Vielen Dank.